Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir eine schaurig lustige Gespenstergeschichte von Washington Irving. Es geht um eine geplante Hochzeit, einen Überfall, einen gespenstischen Auftritt und eine unerwartete Wendung. Wenn du keines meiner Hörbücher zum Einschlafen mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und jetzt mach's dir bequem und ich wünsche dir viel Spaß. Die Geisterbraut – Erzählung eines Reisenden Auf dem Gipfel einer der Höhen des Odenwaldes, einer wilden und romantischen Gegend des oberen Deutschlands, nicht weit von dem Zusammenflusse des Maines und des Rheins gelegen, stand vor vielen, vielen Jahren das Schloss des Baron von Landshort. Es ist nun ganz zerfallen und beinahe unter Buchen und dunklen Fichten begraben, aus denen jedoch noch der alte Wachturm hervorblickt, der, wie einst sein Besitzer, seinen Hauch hoch emporzutragen strebt und auf die benachbarte Gegend hinabblickt. Der Baron war ein trockener Zweig der großen Familie von Katzenellenbogen und erbte mit den Besitzungen seiner Ahnen auch zugleich ihren ganzen Stolz. Obgleich der kriegerische Sinn seiner Vorfahren den Gütern der Familie sehr geschadet hatte, so suchte der Baron den äußeren Glanz seines Standes doch immer noch zu behaupten. Die Zeiten waren friedlich und die deutschen Edelleute hatten fast allgemein ihre unbequemen alten, wie Adlersnester an den Bergen hangenden Burgen verlassen und bequemere Wohnungen in den Tälern erbaut. Der Baron blieb indes noch immer in seiner kleinen Feste Stolz abgeschlossen und nährte mit angeerbter Hartnäckigkeit den ganzen alten Familiengroll, so dass er mit einigen seiner nächsten Nachbarn um Streitigkeiten willen gespannt war, die noch von ihren Urgroßvätern herrührten. Der Baron hatte nur ein Kind, eine Tochter, aber die Natur wägt, wenn sie nur ein Kind gewährt, dies immer dadurch auf, dass sie es zu einem Wunder macht. Und so war es mit der Tochter des Barons. Alle Ammen, Gevatterinnen und Mummen vom Lande versicherten ihren Vater, dass es ihresgleichen nicht in Deutschland gäbe. Und wer hätte das besser wissen sollen als diese? Sie war überdies mit großer Sorgfalt unter der Oberaufsicht zweier unverheirateter Basen erzogen worden, die einige Jahre ihres früheren Lebens an einem der kleinen deutschen Höfe zugebracht hatten und in allen zur Erziehung einer Frau von Stande nötigen Zweigen des Wissens erfahren waren. Unter ihrer Anleitung war sie ein Wunder der Vollkommenheit. In ihrem 18. Jahre konnte sie bewunderungswürdig stecken und hatte ganze heiligen Geschichten in Tapetenarbeit genäht und in die Gesichter eine solche Kraft des Ausdrucks gebracht, dass sie aussahen wie arme Seelen im Fegefeuer. Sie konnte ohne große Schwierigkeiten lesen und hatte sich durch mehrere Kirchenlegenden und beinahe alle ritterlichen Wunder im Heldenbuche glücklich hindurch buchstabiert. Sie hatte selbst bedeutende Fortschritte im Schreiben gemacht, war imstande ihren Namen ohne einen Buchstaben auszulassen und so leserlich zu schreiben, dass ihre Basen ihn ohne Brillen ziffern konnten. Sie besaß eine große Fertigkeit, kleine, artige, unnütze Spielwerke wie bei den Frauen herkömmlich zu machen, verstand die künstlichsten Tänze der damaligen Zeit, spielte mehrere Weisen auf der Harfe und Zitter und wusste alle zärtliche Balladen aus den Minnesängern auswendig. Ihre Basen, die in ihren jüngeren Jahren flatterhafte und große Koketten gewesen waren, schickten sich auch vortrefflich dazu, über die Aufführung der Nichte zu wachen. Denn es gibt keine so strenge, kluge und unerbittlich ehrsame Duenna wie eine überalterte Kokette. Sie durfte nie das Gebiet des Schlosses überschreiten, ohne wohlbegleitet oder vielmehr wohlbewacht zu sein. Musste beständig Lehren über Anstand und streng gehorsam anhören und, was die Männer betraf, ja, da hatte man ja eingeprägt, sie so fern von sich zu halten und ihnen so wenig zu trauen, dass sie, wenn sie nicht ausdrücklich dazu Erlaubnis erhalte, auf den schönsten Kavalier von der Welt auch nicht einen Blick geworfen haben würde. Nein, nicht, wenn er zu ihren Füßen gestorben wäre. Die guten Wirkungen dieses Systems zeigten sich auf eine wunderbare Art. Das Fräulein war ein Muster von Volksamkeit und Anständigkeit. Während andere ihre Lieblichkeit in dem frohen Glanze der Welt vergeudeten und leicht von jeder Hand gepflückt und an die Seite geworfen werden konnten, erblühte sie keusch zu einer frischen und lieblichen Weiblichkeit unter dem Schutze dieser unbefleckten Jungfrauen, wie eine Rosenknospe unter schützenden Dornen sich entfaltet. Ihre Basen betrachteten sie mit Stolz und Entzücken und behaupteten, dass, wenn auch alle jungen Damen in der Welt sich verirren könnten, der Erbin von Katzenellenbogen, dem Himmel sei gedankt, nie so etwas begegnen würde. Aber obgleich der Baron von Lanzort nicht mit vielen Kindern gesegnet war, so war doch seine Haushaltung nicht klein, denn die Vorsehung hatte ihn mit einer Menge armer an Verwandten bereichert. Diese besaßen ohne Ausnahme die liebevolle Zuneigung, welche allen untergeordneten Verwandten eigen ist. Sie hingen sehr an dem Baron und benutzten jede mögliche Gelegenheit, in Haufen nach dem Schlosse zu kommen und dies zu beleben. Alle Familienfeste wurden von diesen guten Leuten auf Kosten des Barons begangen. Und wenn sie sich gehörig gesättigt, so erklärten sie laut, dass nichts auf Erden so herrlich sei, als diese Zusammenkünfte, diese Jubelfeste des Herzens. Der Baron hatte, obgleich ein kleiner Mann, eine große Seele, die vor Freuden bei dem Gefühle anschwoll, der größte Mann in der kleinen Welt, um ihn her zu sein. Er erzählte gerne lange Geschichten von den gewaltigen alten Kriegern, deren Bilder finster von den Wänden herabblickten. Und niemand hörte ihm dabei ruhiger zu als die, welche er auf seine Kosten ernährte. Er neigte sich sehr zum Wunderbaren hin und glaubte steif und fest an alle die Erzählungen von übernatürlichen Begebenheiten, deren in Deutschland jeder Berg und jedes Tal voll ist. Die Gläubigkeit seiner Gäste übertraf seine eigene. Sie hörten jede wunderbare Erzählung mit offenen Augen und offenem Munde an und verfehlten nie, erstaunt zu sein, wenn sie ihnen auch schon zum hundertsten Male wiederholt wurde. So lebte der Baron von Lansort das Orakel seines Tisches als der unumschränkte Beherrscher seines kleinen Gebiets und glücklich vor allem in der Überzeugung, dass er der weiseste Mann seines Zeitalters sei. Zu der Zeit, von welcher meine Geschichte handelt, war auf dem Schloss eine große Familienversammlung. Sie galt einer Angelegenheit von der äußersten Wichtigkeit. Man erwartete nämlich den bestimmten Bräutigam der Tochter des Barons. Eine Verhandlung war zwischen dem Vater und einem alten Edelmann in Bayern zustande gebracht worden, die Würde ihrer Häuser durch die Heirat ihrer Kinder zu vereinigen. Die Einleitung dazu war mit der gehörigen Pünktlichkeit getroffen worden. Die jungen Leute waren miteinander verlobt, ohne sich je gesehen zu haben, und der Tag zur Vermählung war angesetzt. Der junge Graf von Altenburg war zu dem Ende von dem Heere abberufen worden und bereits auf dem Wege zu dem Baron, um dort seine Braut in Empfang zu nehmen. Man hatte selbst schon aus Würzburg, wo er durch einige Umstände aufgehalten wurde, Briefe von ihm, in welchen der Tag und die Stunde bestimmt war, zu welcher er eintreffen würde. Das Schloss war im Aufruhr, um die Anstalten zu treffen, den Bräutigam gehörig zu empfangen. Die schöne Braut war mit ungewöhnlicher Sorgfalt geschmückt worden. Die beiden Basen hatten bei ihrer Toilette den Vorsitz gehabt und sich den ganzen Morgen über jedes Stück ihres Anzuges gestritten. Die junge Dame hatte diesen Zwist benutzt, ihrem eigenen Geschmack zu folgen, und glücklicherweise war dieser ein Guter. Sie sah so lieblich aus, als ein jugendlicher Bräutigam nur wünschen kann, und die Bewegung, welche die Erwartung ihr mitteilte, erhöhte ihre Reizung so mehr. Die Röte, welche ihre Wangen und ihren Nacken übergoss, das leise Wogen des Busens, das Auge, welches dann und wann in Sinn verloren schien, alles verriet die sanfte Erregung, die in ihrem Herzen vorging. Die Basen waren fortwährend um sie beschäftigt, denn unverheiratete Basen pflegen immer großen Anteil an Angelegenheiten dieser Art zu nehmen. Sie gaben ihr eine unendliche Anzahl von klugen Ratschlägen, wie sie sich zu benehmen, was sie sagen und in welcher Weise sie den erwarteten Geliebten empfangen solle. Der Baron war nicht weniger mit Vorbereitungen beschäftigt. Er hatte, die Wahrheit zu sagen, eigentlich nichts zu tun. Allein er war von Natur ein feuriger, unruhiger kleiner Mann und konnte durchaus nicht müßig bleiben, wenn alles um ihnen Bewegung war. Er lief mit der Miene unendlicher Bedrängtheit im Schlosse Trepp auf und ab. Er rief beständig die Leute von ihrer Arbeit, um sie zu ermahnen, fleißig zu sein. Er tummelte sich mit einer so unnützen Ruhelosigkeit und so belästigend, wie eine große, blaubauchige Fliege an einem Sommertage in jedem Saale und in jedem Zimmer umher. Mittlerweile war das gemästete Kalb geschlachtet worden. Die Wälder hatten von dem Geschrei der Jäger wiedergeheilt, die Küche war voll von Leckerbissen. Der Keller hatte ganze Ozeane von Rhein- und Firnewein hergeben müssen und selbst das große Heidelberger Fass war in Kontribution gesetzt worden. Alles war in Bereitschaft, den ausgezeichneten Gast mit Saus und Braus in dem wahren Geiste deutscher Gastfreiheit zu empfangen. Aber der Gast erschien noch immer nicht. Stunde auf Stunde verfloss. Die Sonne, welche ihre sinkenden Strahlen auf die reichen Forste des Odenwaldes geworfen hatte, glänzte gerade jetzt an den Gipfeln der Berge. Der Baron erstieg den höchsten Turm und strengte seine Augen an, in der Hoffnung, den Grafen und seine Begleiter in der Entfernung zu entdecken. Einmal glaubte er schon, sie zu sehen. Hörner klang Scholl aus dem Tale, von dem Wiederhall in den Bergen verlängert. Eine Anzahl Reiter war weit unten sichtbar, welche langsam den Weg entlangzogen. Als sie aber beinahe den Fluss des Berges erreicht hatten, lenkten sie plötzlich in eine andere Straße ein. Der letzte Strahl der Sonne schied. Die Fledermäuse begannen im Zwielicht zu schwirren, die Straße war dunkler und dunkler, und man sah nichts darauf sich bewegen, als zuweilen ein Landmann, der sich von seiner Arbeit nach Hause schleppte. Während das alte Schloss von Lanshort sich in einer so tödlichen Unruhe befand, trug sich in einem anderen Tal des Odenwaldes eine sehr bedeutende Begebenheit zu. Der junge Graf von Altenburg setzte seine Reise ruhig und in der nüchternen, schlendernden Weise fort, wie ein Mann, der seiner Vermählung entgegenreißt, wenn seine Freunde ihn aller Mühe und Ungewissheit einer langen Bewerbung überhoben haben, und der so gewiss ist, eine Braut zu finden, als sein Mittagessen am Ende seiner Reise. Er hatte in Würzburg einen jungen Waffengefährten getroffen, mit welchem er zusammen an der Grenze gedient hatte, Hermann von Starkenfaust. Ein junger Mann von dem kräftigsten Arme und dem bravsten Herzen unter der deutschen Ritterschaft, der nun von dem Heere zurückkehrte. Seines Vaters Schloss lag nicht weit von der Altenburg-Lanzhort. Allein eine alte Fede hatte die beiden Familien entzweit und sie einander fremd gemacht. In der ersten Wärme des Augenblicks der Erkennung hatten die jungen Freunde einander alle ihre unterdessen bestandenen Abenteuer und Glücksfälle erzählt, und der Graf gab die ganze Geschichte seiner bevorstehenden Vermählung mit einer jungen Dame, die er nie gesehen, von deren Reizen er aber die hinreißendsten Beschreibungen gehört. Da der Weg der Freunde nach derselben Gegend hinführte, so wurden sie einig, den übrigen Teil ihrer Reise zusammenzumachen. Damit sie dies aber mit umso größerer Bequemlichkeit tun könnten, waren sie frühzeitig von Würzburg aufgebrochen, und der Graf hatte seinem Gefolge den Befehl gegeben, ihm nachzukommen. Sie verkürzten sich die Zeit mit Erinnerung auf ihren im Kriege bestandenen Fährlichkeiten und Abenteuern. Aber der Graf war mitunter ein wenig langweilig, wegen der gepriesenen Reize seiner Braut und des Glückes, das ihn erwartete. Auf diese Weise waren sie in die Berge des Odenwaldes gekommen und ritten durch einen seiner einsamsten und dick belaubtesten Pässe. Man weiß, dass die Wälder von Deutschland jederzeit ebenso sehr von Räubern, als seine Bürgen von Gespenstern heimgesucht worden sind. Und gerade um diese Zeit waren die Ersteren besonders zahlreich, da Scharen von entlassenen Soldaten im Lande umherstreiften. Es wird daher nicht ungewöhnlich scheinen, dass auch die Ritter von einer Bande dieser Herumstreifer mitten im Walde angefallen wurden. Die Angegriffenen verteidigten sich sehr tapfer, waren aber fast übermannt, als das Grafen Gefolge zu ihrem Beistande herzukam. Bei ihrem Anblick nahmen die Räuber die Flucht. Der Graf indessen hatte bereits seine tödliche Wunde erhalten. Man brachte ihn langsam und vorsichtig nach Würzburg zurück und rief aus seinem benachbarten Kloster einen Mönch zur Hilfe, der seiner Heilkunde für Leib und Seele wegen in großem Rufe stand. Allein die Hälfte seines Wissens war unnütz. Die Augenblicke des unglücklichen Grafen waren gezählt. Mit seinem letzten Atemzug bat er seinen Freund, sich sogleich nach dem Schlosse von Lanzort zu begeben, um dorthin die Nachricht von dem Vorfalle zu bringen, der ihn an der Erfüllung seines Versprechens hinderte. Obgleich nicht der leidenschaftlichste Liebhaber war er doch einer der pünktlichsten Menschen und es schien ihm äußerst viel daran zu liegen, dass diese Sendung schnell und gehörig ausgerichtet werde. »Geschieht dies nicht«, sagte er, »so werde ich nicht ruhig in meinem Grabe schlafen.« Er wiederholte diese letzteren Worte mit besonderer Feierlichkeit. Eine, in einem so bedeutsamen Augenblicke getane Bitte, ließ kein Zaudern zu. Starken Faust suchte den Grafen zu beruhigen, versprach, seinen Wünschen getreulich nachzukommen und gab ihm seine Hand zum feierlichen Pfande. Der Sterbende drückte sie in dankbarer Anerkennung, verfiel aber bald in Geistesabwesenheit, sprach von seiner Braut, seiner Verbindung, seinem gegebenen Worte. Befahl, dass man ihm sein Pferd bringen solle, damit er nach dem Schlosse von Lanzhort reiten könne, und gab in dem Augenblick seinen Geist auf, wo er sich in den Sattel zu schwingen glaubte. Starken Faust weihte dem frühzeitigen Tode seines Waffengefährten einen Seufzer und eines Kriegers Träne und dachte dann über den bedenklichen Auftrag nach, den er auszurichten übernommen hatte. Sein Herz war schwer und sein Kopf ungewiss, denn er sollte, ein ungebetener Gast, sich feindlich gesinnten Leuten vorstellen und mit einer Nachricht, welche ihre Hoffnungen vereiteln musste, ihre Freude stören. Indes regte sich bei ihm doch ein Gefühl von Neugierde, die weitberühmte Schönheit von Katzenellenbogen zu sehen, die den Augen der Welt so sorgsam entzogen wurde. Denn er war ein leidenschaftlicher Bewunderer des schönen Geschlechts, und es lag in seinem Charakter eine Hinneigung zum Außerordentlichen und ein Unternehmungsgeist, die meinen großen Gefallen an jedem Abenteuer einflößten. Vor seiner Abreise nahm er mit der heiligen Brüderschaft des Klosters die nötige Abrede wegen des Begräbnisses seines Freundes, der in der Kathedrale zu Würzburg neben einigen seiner erlauchten Verwandten beigesetzt werden sollte. Das trauernde Gefolge des Grafen übernahm die Aufsicht über seine irdischen Überbleibsel. Es ist nun hohe Zeit zu der alten Familie von Katzenellenbogen, welche mit Ungeduld auf den Gast und mit noch größerem Verlangen auf das Mittagessen wartete, um zu dem würdigen kleinen Baron zurückzukehren, den wir auf dem Wartturm frische Luft schöpfend verließen. Die Nacht brach an, aber immer noch erschien kein Gast. In Verzweiflung stieg der Baron vom Türme herab. Das Gastmahl, welches von Stunde zu Stunde verzögert worden war, konnte nicht länger verschoben werden. Die Speisen waren bereits verdorben, der Koch in Todesangst, und die ganze Hausgenossenschaft sah aus wie eine durch Hunger zur Übergabe gebrachte Besatzung. Der Baron sah sich gezwungen, das Fest ohne die Gegenwart des Gastes beginnen zu lassen. Alle setzten sich an den Tisch und waren eben im Begriff anzufangen, als der Klang eines Hornes von außen die Ankunft eines Fremden meldete. Ein zweiter langgezogener Ton erfüllte die alten Burghöfe und der Widerhall wurde von dem Turmbag beantwortet. Der Baron eilte, seinen künftigen Schwiegersohn zu empfangen. Die Zugbrücke war herabgelassen worden und der Fremde hielt vor dem Tore. Es war ein schlanker, stattlicher Ritter auf einem schwarzen Rosse. Sein Gesicht war bleich, aber er hatte ein glänzendes, schwärmerisches Auge und den Ausdruck edler Schwermut. Der Baron fühlte sich etwas beleidigt, dass er so einfach und allein dahergekommen sei. Seine Würde war einen Augenblick gekränkt und er fühlte sich geneigt, dies als einen Mangel an gehöriger Ehrfurcht, bei dieser wichtigen Gelegenheit und gegen die bedeutende Familie anzusehen, mit welcher der Bräutigam sich verbinden sollte. Er beruhigte sich indessen mit der Betrachtung, dass es jugendliche Ungeduld gewesen sei, welche ihn vermocht habe, seinem Gefolge vorauszueilen. »Es tut mir leid«, sagte der Fremde, »hier zu so ungelegener Zeit zu überraschen.« Hier unterbrach ihn der Baron mit einer Flut von Komplimenten und Begrüßungsworten, denn, die Wahrheit zu sagen, er bildete sich auf seine Höflichkeit und Beretsamkeit etwas ein. Der Fremde versuchte ein- oder zweimal den Strom seiner Rede zu hemmen, allein vergebens. Er neigte also den Kopf und ließ ihn dahinrauschen. In dem Augenblicke, wo der Baron zu einer kleinen Pause gekommen war, hatten sie den inneren Schlosshof erreicht und der Fremde wollte soeben wieder anfangen zu reden, als er abermals durch die Erscheinung der weiblichen Mitglieder der Familie unterbrochen wurde, welche die zaudernde und errötende Braut herbeiführten. Er blickte diese einen Augenblick wie ein Verzückter an. Es schien, als ob seine ganze Seele sich in einem einzigen Blick ergösse und auf der lieblichen Form verweile. Eine von den Basen flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie machte einen Versuch zu sprechen, ihr feuchtes, blaues Auge erhob sich schüchtern. Sie warf einen scheuen, forschenden Blick auf den Fremden und schlug es wieder nieder. Die Worte erstarrten ihr auf den Lippen. Allein ein sanftes Lächeln umschwebte diese und die Grübchen auf ihren Wangen zeigten, dass ihr Blick nicht unbefriedigt geblieben sei. Es war unmöglich, dass einem Mädchen von 18 Jahren, für Liebe und Heirat bereits gestimmt, ein solcher Kavalier nicht gefallen hätte. Der Gast war spät angekommen und alles weitere Reden wurde dadurch aufgehoben. Der Baron entschied und verschob alle weiteren Unterredungen auf Morgen und ging voran zu dem noch unberührten Gastmahl. Dies ward in dem großen Rettersaal der Burg aufgetragen. An den Wänden umher hängen die Bilder der Helden aus dem Hause Katzenellenbogen und die Siegeszeichen, welche sie in Schlachten und auf der Jagd davongetragen. Zerhackte Panzerhemden, gesplitterte Turnierlanzen und zerrissene Banner waren mit der Beute der Jagd vermischt. Die Wolfsrachen und Eberhauer blinkten grässlich zwischen Armbrüsten und Streitexten hindurch und ein gewaltiges Hirschgeweih zweigte sich unmittelbar über dem Haupte des jugendlichen Bräutigams auseinander. Der Kavalier gab auf die Gesellschaft oder das Mahl selbst nur sehr wenig Acht. Er genoss fast nichts, sondern schien in Bewunderung seiner Braut versunken. Er sprach so leise mit ihr, dass man nichts von dem, was er sagte, verstehen konnte. Denn die Sprache der Liebe ist nie laut. Aber wo gibt es ein so stumpfes, weibliches Ohr, das nicht das leiseste Flüstern derselben auffasste? Es lag ein Gemisch von Zärtlichkeit und Ernst in seiner Art und Weise, das auf die junge Dame einen mächtigen Einfluss zu haben schien. Während sie mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörte, kam und wich ihre Gesichtsfarbe. Zuweilen antwortete sie errötend und, wenn sich sein Auge von ihr abwandte, warf sie einen verstohlenen Blick auf sein romantisches Gesicht und ein leichter Seufzer zärtlicher Glückseligkeit hob ihre Brust. Es war klar, dass das junge Paar ganz ineinander verliebt war. Die Basen, tief in die Geheimnisse des Herzens eingeweiht, erklärten, dass beide bei dem ersten Blicke sich gelebt hätten. Das Fest wurde sehr fröhlich oder doch wenigstens mit großem Geräusche fortgesetzt, denn die Gäste waren sämtlich mit jener derben Esslust gesegnet, welche von leichten Börsen und Bergluft unzertrennlich ist. Der Baron erzählte seine besten und längsten Geschichten und nie hatte er sie so gut oder mit so großer Wirkung erzählt. War irgendetwas Wunderbares darin, so waren seine Zuhörer ganz voller Staunen und war irgendetwas Scherzhaftes darin, so lachten sie gewiss zur rechten Zeit. Der Baron stand freilich wie die meisten großen Männer zu hoch, um andere als sehr schale Scherze zu machen. Allein jeder derselben war mit einem vollen Glase vortrefflichen Hochheimers gewürzt und selbst ein schwerfälliger Scherz wirkt, mit gutem alten Wein vorgesetzt, unwiderstehlich. Ärmere und schlauere Witzlinge sagten manches, das sich nur etwa bei ähnlichen Gelegenheiten wiederholen lassen dürfte. Den Frauen ward mancher kecke Scherz in die Ohren geflüstert, worüber sie, bei unterdrücktem Lachen, beinahe ersticken wollten. Und ein armer, aber lustiger, dickköpfiger Vetter des Barons sang ein paar Lieder, bei denen sich die Basen durchaus die Fächer vorhalten mussten. Bei all diesem lustigen Treiben behauptete der fremde Gast einen höchst sonderbaren und unzeitigen Ernst. Je tiefer es in die Nacht ging, desto düsterer ward seine Miene und so seltsam es auch scheinen mag, selbst die Scherze des Barons schienen ihn nur noch schwermütiger zu machen. Zuweilen war ein Gedanken verloren, zuweilen deutete das verstörte, rastlose Umherirren seines Auges auf ein unruhig bewegtes Gemüt. Seine Unterhaltungen mit der Braut wurden immer ernster und geheimnisvoller. Dichte Wolken umhüllten die schöne Heiterkeit ihrer Stirne und ein leises Zittern begann ihre zarten Glieder zu durchzucken. Alles dies konnte der Aufmerksamkeit der Gesellschaft nicht entgehen. Ihre Fröhlichkeit war durch die unerklärliche Düsterkeit des Bräutigams erstickt. Diese steckte an, man flüsterte miteinander und warf sich Blicke zu, die von Achselzucken und zweifelhaftem Kopfschütteln begleitet waren. Gesang und Lachen wurden seltener und seltener und es entstanden öde Pausen in der Unterhaltung, welche endlich fantastische Erzählungen und Legenden von übernatürlichen Dingen folgten. Eine traurige Geschichte veranlasste die andere noch traurigere und der Baron brachte die Damen beinahe zu Krämpfen durch die Geschichte von dem gespenstischen Reiter, der die schöne Leonore entführte. Eine schreckliche, aber wahre Geschichte, welche seitdem in vortreffliche Verse gebracht worden ist und an die alle Welt glaubt. Der Bräutigam hörte diese Erzählung mit gespannter Aufmerksamkeit an. Er hielt seine Augen fest auf den Baron geheftet, begann, als die Geschichte zu Ende ging, allgemach von seinem Sitze aufzustehen und ward immer größer und größer, bis er in des Barons verzücktem Auge beinahe Riesengröße zu erreichen schien. In dem Augenblicke, wo die Erzählung geendigt war, stieß er einen tiefen Seufzer aus und nahm von der Gesellschaft feierlich Abschied. Alles war erstaunt. Der Baron war vollkommen wie vom Donner gerührt. Wie? Um Mitternacht das Schloss verlassen? Wie, da alles zu seinem Hierbleiben eingerichtet und ein Gemach für ihn bereit ist, wenn er sich zurückzuziehen wünscht? Der Fremde schüttelte düster und geheimnisvoll den Kopf. Ich muss mich diese Nacht in einem anderen Gemache bitten. Es lag etwas in dieser Antwort und in dem Tone, womit sie gegeben wurde, was des Barons Herz erbeben machte. Allein er fasste sich und wiederholte seine gastfreundliche Einladung. Der Fremde schüttelte bei diesem Antrage schweigend, aber entschieden den Kopf und der Gesellschaft ein Lebewohl zuwinkend, schritt er langsam aus der Halle. Die Basen waren durchaus versteinert, die Braut ließ den Kopf hängen und eine Träne schlich sich in ihr Auge. Der Baron folgte dem Fremden in den großen Hof des Schlosses, wo das schwarze Streitroß stand, mit dem Fuße scharrend und voll Ungeduld schnaubend. Als sie das Portal erreicht hatten, dessen tiefer Bogen durch ein Feuerbecken nur schwach erhellt wurde, blieb der Fremde stehen und redete den Baron mit einer hohlen Stimme an, welche in dem Gewölbe nur noch grabähnlicher klang. Nun, da wir allein sind, sagte er, will ich euch die Ursache meines Weggehens mitteilen. Ich habe eine feierliche, eine unauflösliche Verpflichtung. Nun, könnt ihr nicht, sagte der Baron, irgendjemand anderen an eurer Stelle senden? Sie lässt keinen Stellvertreter zu. Ich muss in eigener Person erscheinen, ich muss fort, in die Kathedrale von Würzburg. Ja, sagte der Baron, indem er sich ein Herz fasste, aber nicht eher als morgen, morgen sollt ihr eure Braut dahin führen. Nein, nein, erwiderte der Fremde mit zehnfacher Feierlichkeit, ich bin keiner Braut verpflichtet. Die Würmer, die Würmer erwarten mich, ich bin tot. Räuber haben mich erschlagen, mein Körper liegt in Würzburg. Um Mitternacht soll ich zur Erde bestattet werden, das Grab erwartet mich, ich muss mich einstellen. Er schwang sich auf sein schwarzes Streitroß, sprengte über die Zugbrücke und der Klang der Hufe verlor sich im Pfeifen des Nachtwindes. Der Baron kehrte in der äußersten Bestürzung in den Saal zurück und erzählte, was vorgefallen war. Zwei Damen fielen sogleich in Ohnmacht und anderen ward wehe bei dem Gedanken, mit einem Gespenst geschmaust zu haben. Einige meinten, es sei der in den deutschen Sagen berühmte wilde Jäger gewesen, andere sprachen von Berg- oder Waldgeistern und anderen überirdischen Wesen, mit welchen die guten Deutschen seit undenklichen Zeiten so sehr geplagt sind. Einer von den armen Verwandten wagt es zu äußern, das Ganze sei wohl ein scherzhafter Ausweg des jungen Kavaliers gewesen, und selbst das Düstere dieses Einfalls passe zu dem finsteren Wesen des Mannes. Allein diese Äußerung machte den Unwillen der ganzen Gesellschaft und besonders den des Barons Riege, der ihn geradezu wie ein Ungläubigen behandelte, so dass er gern, so schnell als möglich, seine Ketzerei abschwor und sich an die wahren Gläubigen in Anschluss. Welche Zweifel man aber auch gehabt haben mochte, so wurden sie am folgenden Tage durch die auf regelmäßigem Wege anlangenden Nachrichten, welche die Ermordung des jungen Grafen und seine Beisetzung in der Kathedrale von Würzburg bestätigten, vollkommen widerlegt. Man kann sich leicht die Angst in dem Schloss denken. Der Baron verschloss sich in seinem Zimmer. Die Gäste, welche hergekommen waren, sich mit ihm zu freuen, konnten ihn doch nicht wohl in den Stunden seiner Trauer verlassen. Sie wandelten auf den Höfen umher oder sammelten sich in Gruppen im Saale, schüttelten die Köpfe oder zuckten mit den Achseln über das Unglück eines so guten Mannes und saßen länger zu Tische und aßen und tranken wackerer als je, um sich bei gutem Mutter zu erhalten. Am bedauerungswürdigsten war aber die Lage der verlassenen Braut. Einen Gatten verloren zu haben, ehe sie nur einmal umarmt und solch einen Gatten. War das Gespenst schon so edel und angenehm, wie musste der lebende Mann gewesen sein? Sie erfüllte das Haus mit Klagen. In der zweiten Nacht ihres Witwentums hatte sie sich in ihr Zimmer zurückgezogen, begleitet von einer ihrer Basen, welche darauf bestand, mit ihr in einem Gemache zu schlafen. Die Base, eine der besten Geistergeschichten-Erzählerinnen in Deutschland, hatte gerade eine ihrer längsten aufgetischt und war mitten in derselben eingeschlafen. Das Zimmer war abgelegen und hatte die Aussicht auf einen kleinen Garten. Die Nichte lag gedankenvoll und blickte auf die Strahlen des aufgehenden Mondes hin, wie sie auf den Blättern einer Espe zitterten, die vor dem Fenster stand. Die Schlossuhr hatte soeben die Stunde der Mitternacht verkündigt, als eine sanfte Musik aus dem Garten herauftönte. Sie sprang eilig aus dem Bett und trat leise an das Fenster. Eine schlanke Gestalt stand im Schatten der Bäume. Als sie den Kopf erhob, fiel ein Strahl des Mondlichts auf ihr Gesicht. Himmel und Erde, sie sah den Geisterbräutigam. In diesem Augenblick hörte sie einen lauten Schrei hinter sich und ihre Base, die von der Musik erwacht und ihr stillschweigend nach dem Fenster gefolgt war, fiel er in die Arme. Als sie wieder hinblickte, war das Gespenst verschwunden. Von den beiden Frauenzimmern bedurfte die Base jetzt deiner meisten Ermutigung, sie war vor Schreck ganz außer sich. Was die junge Dame betraf, so war selbst mit dem Geiste ihres Geliebten noch etwas verknüpft, das sie erfreulich schien. Der Anschein männlicher Schönheit war noch stets da und obgleich der Schatten eines Mannes wenig gemacht ist, die Gefühle eines liebeskranken Mädchens zu beschwichtigen, so ist doch selbst dies, wenn der wirkliche Geliebte fern ist, noch tröstend genug. Die Base erklärte, dass sie nie wieder in diesem Zimmer schlafen, die Nichte, diesmal widerspenstig, erklärte fest, dass sie in keinem anderen des Schlosses schlafen würde. Natürlich musste sie nun allein bleiben. Vorher ließ sie sich aber von der Base das feierliche Versprechen geben, die Geschichte von dem Geiste niemand zu erzählen, damit er nicht der einzige traurige, auf Erden noch gebliebene Trost geraubt würde. Den, das Zimmer zu bewohnen, in dessen Nähe der schützende Schatten ihres Geliebten wache. Es ist ungewiss, wie lange die gute alte Dame dies Geheimnis bewahrt haben würde, denn sie sprach gern von wunderbaren Begebenheiten und es liegt immer ein stiller Triumph darin, der Erste zu sein, der eine schauderhafte Geschichte vorträgt. Man fühlt es indessen in der Gegend noch immer als ein merkwürdiges Beispiel weiblicher Verschwiegenheit an, dass sie das Geheimnis eine ganze Woche bewahrte, nach deren Verlauf sie alles weiteren Zwanges durch die Nachricht überhoben wurde, welche des Morgens beim Frühstück gebracht ward, dass die junge Dame nirgends zu finden sei. Ihr Zimmer war leer, ihr Bett unberührt, das Fenster war offen und der Vogel davon geflogen. Das Erstaunen und den Schrecken, welche diese Nachricht erregte, können sich nur diejenigen denken, welche den Eindruck beachtet haben, den das Unglück eines großen Mannes unter seinen Freunden hervorbringt. Selbst die armen Verwandten ließen Messer und Gabel einen Augenblick von der unermüdlichen Arbeit des Zerlegens ruhen. Auf einmal aber rang die Base, die bis dahin starr dagestanden hatte, die Hände und kreischte, »Das Gespenst, das Gespenst, sie ist von dem Gespenst entführt worden!« Mit wenigen Worten erzählte sie nun den furchtbaren Auftritt im Garten und schloss mit der Behauptung, dass das Gespenst seine Braut hinweggeführt haben müsse. Zwei von den Bedienten bestätigten diese Aussage, denn sie hatten um Mitternacht das Geklapper von Pferdehufen den Berg hinabgehört und zweifelten nicht, dass es das Gespenst auf seinem schwarzen Rosse gewesen, das seine Braut zum Grabe hinweggeschleppt habe. Alle Anwesenden fühlten das grässlich Wahrscheinliche dieser Aussage. Denn Begebenheiten dieser Art sind in Deutschland überaus gewöhnlich, wie dies manche sehr echte Geschichten beweisen. Welche traurige Lage für den armen Baron, welche herzzerreißende Betrachtungen mussten sich nicht einem liebenden Vater und einem Gliede der großen Familie von Katzenellenbogen aufdringen. Seine einzige Tochter verschloss entweder das Grab oder er bekam irgendeinen Waldgeist zum Schwiegersohn und vielleicht dereinst einen ganzen Haufen von Geisterenkeln. Wie gewöhnlich machte ihn dies alles vollständig verwirrt und das ganze Schloss geriet darüber in Aufruhr und Bewegung. Alle männlichen Bedienten mussten aufsitzen und jeden Weg und Steg im Odenwalde durchstreifen. Der Baron selbst hatte soeben seine Reisestiefel angezogen, sein Schwert umgegürtet und war im Begriff seinen Rost zu besteigen, um ebenfalls auf Nachforschung auszugehen. Als eine neue Erscheinung der Sache eine andere Wendung gar. Man sah eine Dame sich dem Schloss in Nähern, die auf einem Zelter ritt und von einem Kavalier zu Pferde begleitet wurde. Sie galoppierte zum Tor, hinaufsprang vom Pferde, warf sich zu den Füßen des Barons und umfasste seine Knie. Es war seine verlorene Tochter und ihr Gefährte der Geisterbräutigam. Der Baron konnte vor Erstaunen nicht zu sich kommen. Er blickte auf seine Tochter, dann auf den Geist und konnte beinahe seinen Sinn nicht trauen. Der Letztere hatte sich indes wunderbar zu seinem Vorteil verändert, seit er seinen Besuch in der Geisterwelt abgestattet. Sein Anzug war glänzend und seine Gestalt erschien darin seinem schönsten Ebenmaße. Er war nicht mehr bleich und schwermütig. Auf seinem schönen Gesicht erstrahlte der Glanz der Jugend und die Freude lachte in seinem großen dunklen Auge. Das Geheimnis war bald aufgeklärt. Der Kavalier, denn wahrlich ihr müsst doch alle schon längst gemerkt haben, dass es kein Geist war, kündigte sich als den Freihahn Hermann von Starkenfaust an. Er erzählte sein Abenteuer mit dem jungen Grafen. Er sagte, wie er nach dem Schlosse geeilt sei, um die schlimme Botschaft zu überbringen, wie aber die Beretsamkeit des Barons jeden seiner Versuche, seine Geschichte zu erzählen, vereitelt habe. Wie der Anblick der Braut ihn so ganz bezaubert, dass um einige Stunden in ihrer Nähe zuzubringen, er stillschweigend den Irrtum habe fortdauern lassen. Er habe jedoch nicht gewusst, wie er sich auf eine anständige Art zurückziehen solle, bis des Barons Geister Geschichten ihn auf den Gedanken seines ungewöhnlichen Abzugs gebracht habe. Die angeabte Feindschaft der Familien erwägend, habe er seine Besuche heimlich wiederholt, den Garten unter dem Fenster der jungen Dame durchstreift, geworben, gewonnen, sie im Triumph davon geführt und mit einem Wort die schöne geehelicht. Unter anderen Umständen würde der Baron unerbittlich gewesen sein, denn er hielt sehr auf väterliches Ansehen und verfocht Familienfäden mit gehöriger Hartnäckigkeit. Allein er liebte seine Tochter. Er hatte sie für verloren gehalten, er freute sich, sie wieder lebend zu finden und ihr Gatte war, wenn gleich aus einem feindlichen Hause, doch, dem Himmel sei es gedankt, kein Gespenst. Es lag allerdings in dem Scherz, den der Ritter mit ihm getrieben, sich gegen ihn für einen Toten auszugeben, etwas, das mit seinen Begriffen von strenger Wahrheitsliebe nicht so recht zusammenpassen wollte. Allein mehrere alte anwesende Freunde, welche mit dem Kriege gewesen waren, versicherten ihn, dass in der Liebe sich jede Kriegsliste entschuldigen lasse und dass der Kavalier umso mehr dazu berechtigt gewesen sei, diese zu brauchen, da er kürzlich es war daher alles auf das Beste ausgeglichen. Der Baron verzieht dem jungen Paare auf der Stelle. Die Festlichkeiten auf dem Schlosse begannen aufs Neue, die armen Verwandten überhäuften das neue Familienmitglied mit liebender Zärtlichkeit. Es war ja so wacker, so großmütig und so reich. Die Basen ärgerten sich allerdings ein wenig, dass ihr System der strengen Abgeschiedenheit und des Gehorsams sich so schlecht bewährt habe, schrieben aber alles ihrer Nachlässigkeit zu, dass sie die Fenster nicht vergittern lassen. Eine von ihnen fühlte sich besonders gekränkt, dass ihre wunderbare Gestichte so ganz verdorben und das einzige Gespenst, das sie in ihrem Leben gesehen, ein unechtes gewesen sei. Aber die Nichte schien vollkommen zufrieden zu sein, dass sie das Gespenst aus wirklichem Fleisch und Blut bestehend gefunden. Und so endigte die Geschichte. Das war die Geschichte von der Geisterbraut. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut. T Untertitelung des ZDF, 2020